Das ist ein Experiment mit kohlendioxidheiligen Getränken, Mentos und Natron. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Oberfläche der Mentosbonbons ist sehr rau. Die Kohlendioxidbläschen sammeln sich an der rauen Oberfläche an und bewegen sich anschließend explosionsartig nach oben und bilden den Schaum. Der Zuckerersatzstoff Aspartan in der Cola und das zugeführte Natron beschleunigen den Schaumbildungsprozess. Der Zuckerersatzstoff Aspartan in der Cola und das zugeführte Natron.